Ich stelle fest, das G8 ist in NRW gescheitert. Wir halten fest, man findet sich damit ab, dass wir in einem Staat leben, in dem alle Datenautobahnen privatisiert sind. Wir verspielen die Energiewende, wenn wir sie in die Hände der Industrie übergeben. Das bedingungslose Grundeinkommen hat dabei einen Effekt, der ist kaum zu unterschätzen, denn es sichert die wirtschaftliche Existenz von Menschen einfach absolut. Dass eine Wohnsitzauflage die Arbeitsmarktintegration behindert, möglicherweise in erheblichem Umfang. Dass viele, glaube ich, den Unterschied zwischen Medienkompetenz und Informatik überhaupt noch nicht begriffen haben. Es gibt wirklich viele Chancen und die liegen nicht nur in der Flexibilisierung, sondern auch tatsächlich darin, dass sich Menschen hier verwirklichen können. Kriminalität entwickelt sich da, wo es einen Markt gibt, wo es Möglichkeiten gibt. Man findet sich damit auch ab, dass wir in einem Land leben, in dem alle Daten Landstraßen einer Handvoll von Großkonzernen gehören. Die Umfragen belegen, NRW will kein G8. Und dieses Grundvertrauen des Staates in den Menschen zu zeigen und öffentlich zu machen, das ist ein Effekt, den das bedingungslose Grundeinkommen durchaus haben kann. Ich nenne mal ein Beispiel, Bitcoin sagt Ihnen eventuell was. Ein Zahlungssystem jenseits nationaler Kontrollmechanismen. Das ist doch ein Teufelskreis. Solange ich sage, wir brauchen kein Informatikverpflichtend, warum sollte ich dann Informatik auf Lehramt studieren? Eine Energiewende, die gelingen soll, ist dezentral. Eine Energiewende, die gelingen soll, ist solidarisch. Und man findet sich damit ab, dass wir in Kommunen leben, in denen fast alle kommunalen Datenwege in privater Hand sind. Und das wird eine Umwälzung, die uns alle noch richtig hart treffen wird, wenn wir solche digitalen Dinge nicht endlich auf die Agenda setzen. Kein einziges Bundesland, das an NRW grenzt, hat am G8 festgehalten. Schranken überall, digitale Wege in Fürstenhand. Herzlich willkommen im digitalen Feudalismus, meine Damen und Herren. Eine Energiewende, die gelingen soll, muss gerade das fördern, was aktuell von der Politik eher bekämpft wird, nämlich den Eigenverbrauch. Und wenn wir die Menschen in diesem Land ernst nehmen und die Ministerpräsidentin beim Wort nehmen, dann sorgen wir dafür, dass das G9 nächstes Jahr wieder eingeführt wird. Und wir brauchen offene Netze für eine offene Gesellschaft. Punkt. Wir sind verantwortlich für die Zukunft unserer Schüler. Und ich glaube, wer hier in zehn Jahren von der Schule kommt und keine ordentliche informatische Grundbildung hat, der wird es ziemlich schwer haben. Und dadurch würden Talente, dadurch würden Potenziale entwickelt und freigesetzt, die wir heute einfach noch nicht sehen können. Wer anderen die Freiheit verweigert, verdient sie nicht für sich selbst. Die Anträge der Opposition sind ja hier sowieso nichts mehr als eine Diskussionsgrundlage. Und so stelle ich meine Anträge auch. Als Diskussionsgrundlage für den Ausschuss, weil es mehr nicht ist, durchbekommen tun wir den sowieso nicht. Also, selbst wenn er euch gefällt, dann nehmt ihr ihn, schreibt ihn um und reicht ihn selber ein. Weil ihr ja nicht die Eier in der Hose habt, zu sagen, da habt ihr was Gutes gemacht. Applaus